Ich sehe, du näherst dich diesem Lager der Römer. Und ich ahne, dass du wünschst, einer von ihnen zu werden. Es ist nicht euer Land. Noch ist es nicht so spät. Kehr um! Willkommen in der römischen Armee, Rekrut Floskullus. Deine Kommilitonen feiern das Leben, denn sie wissen sehr genau, dass es bald zu Ende sein könnte. Traust du dich auch, dem Tod ins Auge zu blicken? Welches Schicksal eure Götter für dich ausgewählt haben? Sie selbst.